Ich hab da noch was entdeckt, ne. Da steht jetzt, was wirklich gegen Mückenstiche, Stiche hilft. Also ich sag dir nur eins, ne. Wenn du das liest, dann liest du dann liest und kommst eh nicht zum Ziel. Mein Tipp ist, abwarten, Tee trinken und auf Winter warten. Wenn im Winter, sind die nicht da. Und tschüss.